2. Advent Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Wir dürfen uns wieder darauf besinnen, mehr Harmonie, Freude und Leichtigkeit in unser Leben, in unsere Beziehungen zu bringen. Auch möchte es uns sagen, nicht zu viel zu klagen, denn die Verantwortung für sich kann jeder selbst nur tragen. Dankbarkeit und Vergeben bereichern unser Leben. Dem Herzen mehr Beachtung schenken, wird jedes Leben in die richtigen Bahnen lenken. Dein Gestern darfst du schließen, dein Hier und Heute sollst du genießen. Deine Zukunft kannst du freudig in die Arme dann schließen.